BÄÄÄM! Wunderbar! Jetzt gehört ein riesiges Granitfeld und ein Kohleberg mir. Das ist eine feine Sache. Warum mein Vierer gerade an diesem feindlichen Träger dran vorbeigelaufen ist, ohne ihn zu töten, ist mir schleierhaft. Aber ich denke mal, der Soldat wird sich diese Frage selber wieder und wieder stellen, wenn er sich erstmal am Galgen wiederfindet. Dann wird er sich schon fragen, warum er den unschuldigen, gegnerischen Bürger nicht getötet hat. Wird er sich immer wieder fragen und er wird sich dafür entschuldigen. Aber dann ist es zu spät. Ach komm, also jetzt hast du verkackt. Es ist einfach zu spät, es ist vorbei. Okay, hier waren wir jetzt lange genug, bin ich der Meinung. Den Gelben haben wir besiegt. So, bumm, fertig. Um den Gelben brauche ich mich nicht mehr zu kümmern, der hat kein Hauptgebäude mehr. Was ist denn da los? Da sind zwei Gebäude ganz dicht beieinander. Ja, beides Baustellen. Schöne Sache. Was ist denn das da? Ist das ein unbesetztes Land? Ja, ein unbesetzter Landstrich. Und da ist irgendwo noch was Unbesetztes, noch viel kleiner. Ah, das ist unbesetzt. Das ist niemand Land, Niemands Land. Da kannst du hingehen und dir dein Haus am See bauen. Mit orangenbraunen Blättern, die auf dem Weg liegen. Ja, du hast 20 Kinder und deine Frau ist schön. Dann kommen alle vorbei und du musst nie rausgehen. Genau. Äh, ja, wo war ich? Wir werden jetzt hier die Rosanen auslöschen. Bam. Mit 16. Okay. Mit 16 Leuten greifen wir jetzt das Rosane Volk an. Würde ich jetzt behaupten, zum letzten Mal, da war ja ein Fünfer drin, ne? Aber meine Soldaten haben sich erholt, es wurden neue gezeugt, sie wurden ausgebildet. Von Anfang an darauf getrimmt, eines Tages für den großen Herrscher Lord Pesty ihr Leben zu lassen. Oder im Idealfall ihr Leben eben nicht zu lassen, sondern ihr Gegner zu töten. Tolle Sache, ne? Übrigens, wenn ich in dieser Lage wäre, wie die jetzt hier gerade ist, würde ich erstmal die Bäckerei abreißen, was total sinnlos ist. Und ich würde die Mühle abreißen. Dann würde ich die Wege zerstören und einen Holzfäller bauen. Natürlich ausgehend davon, dass ich noch zwei Bretter übrig habe. Aber das würde ich einfach mal behaupten, dass ich noch zwei Bretter übrig habe, um eine Holzfällerhütte zu bauen. Weil wenn das erstmal passiert ist, dann kann das Sägewerk wieder arbeiten und dann kann ich einen Förster bauen. Wenn ich wirklich nur zwei Bretter übrig habe, ich glaube nicht, dass die null Bretter hat. Dann könnte man seine Infrastruktur wieder aufbauen. Dann hätte man nämlich wieder eine vernünftige Holzversorgung. Und dann könnte man bestimmt irgendwo wieder eine Ritterhütte bauen. Oder ne, könnte man wahrscheinlich nicht, weil es zu nah an meiner Grenze ist. Aber trotzdem würde ich es zumindest versuchen. Ich würde nicht hier mit dieser Bäckerei-Hauptstelle und mit dieser untätigen Mühle und mit diesem nutzlosen Sägewerk da oben untergehen. Ich würde es versuchen. Wenn ich natürlich null Bretter habe. Oder ironischerweise nur ein einziges, wo ich zwei brauche. Dann würde ich es auch lassen. Mein 3er hat den 5er besiegt. Sehr schön. War es das? Ah, noch nicht. Ah! Mann, ist das nicht schon der dritte 5er? Ich verstehe das nicht. Und mein 5er ist doch gestorben, ich habe doch gar keinen mehr. Okay, der geht eh unter. Ich habe doch gar keinen 5er mehr, wa? Ne. Ich habe nur noch 15 4er. Also ich habe keinen 5er mehr. Und der einzige, den ich hatte, der war ziemlich nutzlos. Und ich habe ja auch gesehen, wie andere 5er ziemlich nutzlos waren. Es erscheint mir einfach sinnlos. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie... Irgendwie merkwürdig. Na gut, egal. Los, kommt alle herbei. Tötet die Bauarbeiter, den Bäcker und den Schreiner. Und dann würde ich sagen, alle 16 ziehen gleichzeitig ihr Schwert und töten da diesen 5er. Reißen ihm seinen scheiß Helm ab. Zeig uns dein Gesicht. Und lasst ihn seine Bürste fressen. Ich finde es ja fast ein bisschen komisch, dass die alle die gleiche Ausrüstung haben. Die haben alle genau ein Schwert und ein Schild. Das wäre eigentlich noch interessanter, wenn die andere Sachen hätten. Also, wenn die ihre Ausrüstung ändern würden. Oder ihre Bewegungsabläufe. Ich meine, der 5er scheint im Gegensatz zu den anderen sehr viel schneller zu sein. Die einzige Figur, die wirklich einen anderen Bewegungsablauf hat. Also, keinen anderen Bewegungsablauf, sondern einfach schneller ist. Merklich schneller. Aber das sind halt nur Animationen. Ob das wirklich was ausmacht, keine Ahnung. Übrigens ist das ja schon wieder ein neuer 5er, ne? Das ist schon der 4. Ah ja, ich habe schon 3 5er besiegt, obwohl ich keinen einzigen selber habe. Und das heißt ja schon mal etwas. Wir hoffen einfach mal, dass das jetzt der letzte 5er ist, damit endlich dieses rosa Volk ausgelöscht ist. Dann gehen wir das rote Volk auslöschen und dann war's das mit die Siedler. Weil irgendwie habe ich keine Lust mehr, diese kleinen Gebäude zu erobern. Ha, sehr schön. Das erscheint mir jetzt nämlich überflüssig. Cool. Rums. Keine Nachricht. Mehr als tragisch. Aber das rosa Volk ist ausgelöscht. Ja, es ist noch da, aber ihr wisst, was ich meine. So. Und jetzt springen wir hier hin. Und greifen mit 12 Leuten die rote Festung an. Das sind relativ wenige. Ich hoffe, das reicht. Ich bin mir nicht sicher, wie weit ist denn das von dem alten entfernt? Das ist relativ dicht. Das ist nicht so weit weg. Es könnte sein, dass wenn meine anderen Gebäude oben wieder besetzt sind, durch den Angriff auf das rosa Hauptgebäude, dass dann mehr Ritter zur Verfügung stehen, um das rote Gebäude anzugreifen. Wir gucken mal kurz hier an die Statistik. Ja, die knoten sich jetzt alle da unten lang. Beim Militärstärke, ich bin bei 90%. Ja, ja. Beim Land bin ich jetzt auf fast 75%. Gebäude, ja gut, Gebäude fand ich immer ein bisschen witzlos. Alle bin ich auf 75% Produktivität, die anderen krebsen bei 10% und fast 5% rum. Ja, klar, bei den Gelben passiert jetzt gar nichts mehr. Na gut, ein einziger Ritter ist hingegangen, tapfer wie er ist, geht er alleine los und hofft, dass seine elf Kameraden ihm folgen. Oder halt irgendwann mal vorbeischauen und seine Überreste aus dem Burggraben sammeln und dann irgendwo vernünftig zur Ruhe betten. Ähm, ha, nochmal vier, was ist das denn? Nochmal mit vieren, so. Das ist eigentlich unser letzter Kampf. Wenn wir den geschafft haben, dann habe ich Sieler geschafft. Die anderen Gebäude zu übernehmen ist dann nur noch eine reine Formalität. Und, ähm, reine Formalitäten eignen sich meiner Meinung nach nicht so gut dafür, um sie aufzunehmen und zu veröffentlichen, weil dann wirklich höchstens das noch interessant ist, was ich zu sagen habe. Und nicht mehr das Spielerlebnis interessant ist. Oder, ähm, tja. Oder was? Das Spielerlebnis, so. Oder die Spannung aufrechterhalten wird oder sowas. Weil das, äh, wird sie jetzt langsam nicht mehr. Wir werden jetzt dieses, äh, Gebäude zerstören und es, äh, niederbrennen. Und, äh, dann werden wir alle fröhlich um das Freudenfeuer tanzen und nach Hause gehen. Ist das nicht was Feines? Mit diesem Herrn niederbrennen musste ich an die South Park Episode denken. Mit den, äh, hässlichen Schülern. An manchen Tagen möchte ich die ganze Schule herrniederbrennen. Oder nur niederbrennen. Wie er das gesagt hat, dieser kleine, dieser kleine Trollwicht. Wie er das gesagt hat. An manchen Tagen möchte ich sie einfach niederbrennen. Ja, viel Spaß dabei. Und er guckt nur, ja, ich bin auch manchmal ganz schön genervt. Aber es sind ja doch irgendwie meine Freunde und ich will sie nicht verletzen und niemanden töten. Und er redet da von niederbrennen. Er so, ja, ja, ist schon okay. Danke, geh mal weg, ich will mit dir nichts zu tun haben. Oder nee, das kann man ja nicht sagen, sonst brennt da noch dein Haus herrnieder. Nicht nur die Schule, sondern dein Haus. Kommt da an und brennt dein Haus herrnieder. Naja. Stell mal in Counter-Strike deine Schule nach und dann kannst du ausrasten. Zu mehr wird es nicht kommen. Was rede ich hier eigentlich? Sind es kontroverse Themen? Ich glaube, ich darf nicht einfach so alles sagen, was mir sofort in den Kopf kommt. Das sind ja Sachen, die ich erlebt habe. Das sind ja meistens Erinnerungen, was ich hier erzähle. Vielleicht sollte ich das nicht tun. Vielleicht sollte ich auch nicht sagen, es sind Erinnerungen. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt, ich bin merkwürdig. Vielleicht bin ich auch merkwürdig. Macht gar nichts. Das ist, das ist, ja, das hatte ich ja schon mit Glenva, ne? Jeder will ja einzigartig sein und besonders. Ja, inzwischen ist das besondere Mainstream. Das bedeutet, wer wirklich Mainstream ist, also normal, ist heute was Besonderes. Und wenn das erstmal genug Leute gemerkt haben, dann darfst du wieder abgedreht sein. Aber heute sind so viele Leute abgedreht, da fällst du als Abgedrehter gar nicht mehr auf. Da fällst du auf, wenn du normal bist. Das ist aber natürlich immer die Frage, ob man auffallen will oder ob man halt normal sein will. Oder besonders. Vielleicht will man doch einfach sich selbst, äh, man selbst, vielleicht will man ja auch einfach man selbst, man selbst, ich selbst? Vielleicht will ich ja auch einfach ich selbst sein, egal was das bedeutet. Oh, ich bin so independent. Guckt mich an, ich hab so eine tolle Lebenseinstellung. Keiner kann mich fertig machen. Ich bin ich selbst, ich bin einzigartig. Keiner ist wie ich. Und keiner kann mich von meinen Ideen abbringen. Ja, ganz schön besonders. Aber wer beratungsresistent ist, sollte nicht nach anderen Meinungen fragen. Aber da gibt es so eine Sache, die nennt sich Internet und Forum. Und da sind so viele beratungsresistente, dumme Menschen. Das ist keine gute Paarung. Das hat doch schon Tadeus zu Spongebob gesagt. Wenn sich Blödheit mit Beratungsresistenz paart, ist alles zu spät. Da kannst du nichts mehr machen, denn es ist echt vorbei. Das ist immer blöd, wenn Leute in Foren schreiben, die eigentlich nur eine Bestätigung ihrer ursprünglichen Idee haben wollen und ganz pissig reagieren, wenn jemand ihnen von ihrer Idee abrät. So ganz neutral und subjektiv. Objektiv. Objektiv. Wenn einer ganz objektiv von dieser Idee abrät, weil es eigentlich keine gute Idee ist, aber der diese Idee schon so sehr in Stein gemeißelt hat, dass er eigentlich nur eine Bestätigung wollte, dass es eine gute Idee ist. Und wenn er sagt, nee, ist doof, dann wird er pissig. So was kann ich nicht leiden. Warum machen die Leute das nicht selber, wenn sie eigentlich nur eine Bestätigung wollen? Dann fragt ein Freund, dann sagt er ja und dann bist du glücklich. Oder fragt Mami. Ist ja auch egal. Aber nicht in einem Forum. Bitte nicht. So. Jetzt habe ich so gut wie jede Gruppe von Menschen angesprochen, die ich kenne. Und jetzt ist langsam gut. Weil ich, ehrlich gesagt, langweilig mich hier ein bisschen. Ich tue ja nichts. Guck mal, der Mauscursor hat sich bestimmt seit 5 Minuten nie mehr bewegt. Ich sitze hier nur und erzähle irgendeinen Schwachsinn. Und das schon über eine Stunde. Ha! Großartig. Langsames Klatschen. Wir haben es geschafft. Wir haben die Siedler geschafft. So. Wie viele Episoden waren das jetzt? Unglaublich. Ha! Merkt ihr, wie das Bild einfriert? Da ist gerade was passiert. Das Spiel ist nicht abgestürzt. Nein, 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 nein. Ich kenne das. Huh? Na, nein! Doch! Das Spiel ist abgestürzt. Warum? Warum? Ich dachte, jetzt kommt die Nachricht, das blaue Volk liegt uneinholbar in Führung. Da kommt nämlich so eine Nachricht eingeblendet. Und das war immer, da hat es immer gestockt. Software Failure. Press left mouse button to continue. Guru Meditation. Hashtag 8 mal die 0 3.00030015. Das waren übrigens nur 7 Nullen und nicht 8. Äh, ja. Okay. Das war nicht geplant. Das ist unglaublich. Es ist ja jetzt natürlich auch nicht gespeichert, ne? Es ist jetzt, es ist gespeichert auf dem Punkt, als ich angefangen habe aufzunehmen. Das war vor einer Stunde und 15 Minuten ungefähr. Also vor 3 oder 4 Episoden. Vielleicht sogar vor 5 Episoden. Ja, vor 4 Episoden würde ich denken. Ist auch egal. Sage ich jetzt nicht weiter was zu. Aber zu Beginn dieser Aufnahme-Session. Habe ich ge... Klar, da habe ich ja geladen. Das ist mein letzter Spielstand. Heilige Scheiße. Software Failure. Zum besten Zeitpunkt aller Zeiten. Das ist unglaublich. Gut. Dann, äh, werde ich jetzt offiziell die Siedler beenden. Das war die letzte Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die großartigen Kommentare, die ich bis jetzt bekommen habe. Es sind, glaube ich, erst 7 oder 8 Episoden raus. Ganz großartig. Ich freue mich über sowas. Das ist ja richtig kreativ. Finde ich ganz großartig. Bitte mehr davon. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Was das für ein Projekt sein wird, weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht gibt es ja bald endlich 4K-Monitore für einen vernünftigen Preis in 24 Zoll. Dann werden wir mit Anno 1701 anfangen. Wenn dieser Tag gekommen ist, sage ich euch natürlich Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. ione